Ey Freunde, seid mal ehrlich, kennt ihr Bloody Mary oder kennt ihr Charlie Charlie? Was von beiden kennt ihr? Weil es gibt anscheinend Bloody Mary und es gibt einmal Charlie Charlie. Und dann gibt es doch einmal den hier. Ich habe jetzt hier einen Spiegel, das heißt Bloody Mary, glaube ich. Beides, beide kennen das. Ich glaube, wir spielen jetzt Bloody Mary. Oder ich habe ein bisschen Schiss, ja? Guck mal. Hast du das Fensterzaufte? Nein, du musst so. Und gegenüber. Ich muss pissen. Ja. Dann geh gleich pissen. Und gegenüber, wie steht der Spiegel? Der muss gegenüber genau von dir stehen. Der muss gegenüber von dir stehen. Häng dir mal dahin. Alter Junge, bist du stupid oder was? Bitte, die Zuschauer soll das aussehen. Okay. Charlie ist mit Stifte. Siehst du? Ich bin gar nicht auf. Weil Halloween jetzt, weil Halloween in der Woche ist und die Leute Schuhlern haben, haben wir gesagt, wir ziehen das in dieses Wochenende. Wie kommst du jetzt darauf? Weil jemand sagt, Halloween ist doch nicht. okay also freunde ganz kurz vorab es ist eine story immer kurz ich will jetzt einmal das wie heißt das jetzt wir gucken jetzt einmal angeblich glaube ich mir ist der name der sagen und spukgestalt sie soll ein rachsüchtiger geistern der in spiegel haust verschiedenste legenden und bladdy murray erfreuen sich vor allem in den USA und den Vereinigten Königler besonders unter Kindern und Jugendlichen große Wälder meine Mutter Alter oh mein Gott Hallo Hallo Hör mal auf Bruder wir machen uns jetzt gerade mal witzig ja Junge ja war ein Spießer ja das ist mal ihr deckt fast in die Scham Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray bist du hier dann gib mir ein Zeichen ich schwör auf meine Mutter du dreckiger Schwein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich schwör auf meine Mutter was habt ihr euch gemacht oh mein Gott bist du bekloppt oder was oh mein Gott warte oh mein Gott dann sag mal einmal ruhig Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray wenn du hier bist gib mir ein Zeichen es geht nicht Mann lass mich mal es geht nicht Bladdy murray boah ich hab Angst Bruder ich hab Angst ja Bladdy murray wer ist besser in FIFA Jordan oder Sammy du musst schon dreimal sagen trau mich nicht ja Bladdy murray hallo wie gehts dir du ein kleiner Spusti Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray oder gleich platzt der Spiegel oder so ja mach du nochmal Freund ich muss mir wir müssen uns drauf einlassen ja chill wir müssen uns drauf einlassen Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray bist du hier Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray Bladdy murray ich weiß wir sind gerade auch richtige Opfer aber gib mir ein Zeichen wenn du hier bist ja gib mir auch ein Zeichen wenn du hier bist Bladdy murray wir beschwören gerade Bladdy murray wir sind solche dumme Menschen wir haben keine Kerzen Freund ich hab gerade gesucht ich schwör pfff lass mich nochmal ich hab ne Idee warte ich geh pissen warte ich geh pissen nee du gehst pissen was laberst du aber warte auf mich ich geh nur kurz pissen 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 oder die lässt mich einfach alleine ja man muss alleine im Raum sein ey die sagen man muss alleine im Raum sein ja warte auf mich Bladdy murray oh warum habe ich ein Pickel Bladdy murray ja was mache ich hier die garas was mache ich hier yes yes ok come on ok Bladdy murray ich trau mich nicht ja 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 oh ok pfff Klaus bewegt sich ok alter weißt du was ich bin ein Mann Junge bladdy murray bladdy murray bladdy murray bladdy murray gib mir ein Zeichen wenn du hier auf dieser Raum bist auf dieser Erde bist ja bladdy murray 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 Ja, 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 ja. Was ist los, Blady? Werde ich einmal Thomas Müller treffen? Gib mir ein Zeichen. Werde ich einmal Thomas Müller treffen werde? Ja, du hast mich ja hier angestellt, du auch da. Bruder, Bloody Mary war gerade hier. Jun, bitte halt deine Fresse, ja. Bruder, Bloody Mary war... Ey, Freund, hat einer einen Kripp? Bruder, ich hab mit dir getanzt, ich hab dir geknallt. Wir kriegen Bloody Mary-Johan-Junior-Kinder. Oh mein Gott, das war mein Stuhl, ja. Ich dachte wirklich jetzt. Irgendein Film, was du gerade mögen, ja. Ey, der glaubt das nicht, ja? Die so Prank-Brows, ich verstehe das nicht, was ihr meint damit. Wow, you have to go, dude, no way! You have to go, dude, man! Hör auf, gleich kommt die wirklich, ja.